Was geht ab Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf dem Drittkanal, ich hoffe es geht euch gut, ich hoffe ihr habt schöne Feiertage, wir gucken uns heute wieder TikToks an, ich hoffe mit einem Grinsen oder einem Lachen, ah, weil ich hab grad nicht zu lachen, ich hab Depressionen, mein Leben ist kacke, ich weiß nicht, was ich machen soll, ah, hoffentlich lenken uns die TikToks ab, wir gehen rein ins erste TikTok-Ding. Ich bin fertig mit diesem Spiel. Schneeball? Okay, oh oh, okay, Selbstmord, Selbstmord. Selbstmord, Leute macht keinen Selbstmord, auch nicht in Fortnite, bitte. Do not smoke guys, okay, hier sehen wir einmal, was passiert, wenn man raucht, die Folgen. So, das geht hier nach unten, eure Lunge fängt an zu brennen, in euer Gehirn rein und ihr explodiert komplett. Deswegen raucht nicht Jungs, raucht nicht. Ah, who can I get for you? The way the cashier smiled. Let me get a number one bro. Number one is gonna be 1099. I don't have any cash on me. I don't have any cash on me, but how are you gonna pay? I don't have any cash on me, but how can I get for you? I don't have any cash on me, but I don't have any cash on me. Bro. Here's a good question. Listen to this, watch till the end. What if one... Eine Milliarde? Kilogramm of Earth disappeared every second. How long would the Earth last? What if one billion kilograms of Earth disappeared every second? How long would it take for the Earth to just disappear? For? A day? A week? A month? A year? Remember, we are talking about one billion kilograms per second. Well, let us do the math. Here is the mass of Earth. So, if we divide that by one billion, that will give us this, meaning it will last this many seconds, but I don't really know how long that is. So, let's put this into perspective. It would take this many minutes, this many hours, this many days. Holy shit. It would almost take 200,000 years for Earth to disappear. I think what this proves is that the Earth is absolutely ginormous. The last calculation was, it didn't go off, right? But it is still not as big as your mom. Here's a good question. This whole mathematics. He calculated everything just to make a joke of your mother. We have just one minute waited, 56 seconds to be exact, so that at the end you say, the Earth is still not as big as your mother. What? Move for me, Woody. Move for me. Do you think that I'm fucking playing? I saw you, Woody. I saw you and the toys playing with Sid. My toys were alive. And they were playing with my next door neighbor. And not me. My childhood. My whole life was knowing. Yeah, I have a toy story a little bit different in memory. The toys were alive. But they didn't want to be alive around me. You can't be the hero, Woody! Move for me! Move! There's a snake in my boot. I knew it. I knew you were alive, Woody, Woody. I knew it. I, 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 I... You have cancer, Andy. Move for me, Woody. Move for me. Move for me. Move for me. Move for me. Okay, you are... You're like an object, but you're also a living thing. Oh man. Am I a woman? Oh my god. She said it right, Chad. She said it right. She said it right. What's the blood? Swing, swing, swing. Swingling. Swing. Swing. On behalf of everyone at Delta Airlines, we want to thank you for paying attention. Now, as we prepare for takeoff, please relax. Oh my god. Oh my god. Wer hat die TikToks geliked, bro? Respektlosesten Sachen, die ich in meinem Leben gesehen hab. Dafür kann man gebannt werden. Ernst. Bro, started into my soul with that reaction. Every day. On my knees. Every day. You see me when I face my god. I don't play. I don't play. On my knees. I don't play. The most emotional scene. Viewers alarm clocks. What is that? I killed my ass. Okay, that was funny. dude. Look how long will this guy react to. Ugh. Uh… Wait, see how long his snowball curls will react to. Uh… Oh… He does no other thing! uuun… Even now on Christmas is hard. Bro sleeps like he got the pharaohs curse I'm not surprising that they're Used to be so much better Woman in the fifties when they buried the when the burnt the food Also irgendein modder die tik-toks heute geliked hat will dass gebannt werde ich Du hast als du mich geheiratet hast gesagt du wirst immer für mich da sein Bajeloren Du bist der mann numus Du hast als du mich geheiratet hast gesagt du wirst immer Bajeloren Boah Junge Seine Nase war einfach zu der die Nase wieder befreit mit einem schlag I don't know what started this fire, but I know that he's getting To the bottom of it Er ist da um zu analysieren, Chad Sherlock Bro was so disappointed in himself Er war so enttäuscht von seinem Versprecher My guy hates the gritty I don't wanna hit the gritty Hhead it I don't wanna hit the gritty Hhead it I don't wanna hit the gritty ública Where Dance Ich B v M Ken Warum macht sie das mit dem Mund aber A alexis 1 bis 10 oder ich sag ehrlich alexis ist schon so eine schnucklige 10 würde ich ich komme auch vor okay eldos dann würde er wahrscheinlich einen punkt bekommen dann wäre er wird jetzt auf jeden fall schaffen auf eine 2 dann mit idee schreibt noch irgendwas noch irgendwie falsch einmal am besten noch einmal letztens ich schwöre auf alles ich krieg so ein geschenke umschlag ich krieg geschenke umschlag wissen wie mein name da drauf steht hamed mit t und doppelt m haben die haben aus mir mit fleisch einfach gemacht eine fleischsorte ich schreibe das nicht so in den chat lasst es jungs bitte schiefe sieben wie eine schiefe was will was will er damit zeigen schiefe sie meine schiefe sieben nice nice ey immerhin eine sieben bekommen ja mert oder mert ist tam der kro lan mert ist tam der kro willi bruder sage ich dir ehrlich willi auf no sus basis für ein junge ist es auch eine also 10 würde ich auch sagen bruder sind es auch raus war ich sehe ja raus sowieso wie meine schwester so ich sag euch ehrlich wo es einfach so liebe so man kann sie nur mögen also ich charakterlich würde ich rose eine 10 geben hat nur charakterlich gesagt hoffe hamed macht er schreibt ihr wisst ganz genau wie man meinen namen schreibt chat hört auf am vierten ersten lad ich alle meine mods ok alle meine sind eingeladen in paderborn auf meinen nacken gehen wir in den film nein dicker ihr seid so bruder ich will nicht mit allen meinen zuschauern eingeladen jetzt geht ja jeder an paderborn einfach an dem tag in den film aber er macht einfach tik tok dazu und euch pennt bei mir ihr verpisst euch direkt wieder aber ihr seid eingeladen am vierten kommt nicht in den film ham mit der arme ham mit der hamed loko klatschen bruder alter der typ hat meine operationen die gar nicht das ist der schade aber mit klatschen bruder der läuft so rum hey dicker scheiß drauf mach mal das gesicht wieder gerade okay wir gucken uns jetzt noch tik tok die mir gefallen haben okay die nicht so schlimm sind ja leute eldo es wurde geparkt leider also was heißt leider da muss ich halt in der muss halt aufpassen naja das sind meine freunde chat das sind meine freunde ja leute eldos wurde geparkt leider also was heißt leider muss sich halt man muss halt aufpassen leute eldos wurde geparkt leider eldos muss aufpassen denke dass du keine ich schwöre ich hab Snack von anderen, Snack von Biggie. Was isst du da, Junge? Hier, Auto, komm. Nur einfach Lammkotelette. Bruder. Beim Zocken? Dicker, er zockt und isst nebenbei ein Lammkotelette, Bro. Der ist in Fortnite, zockt und isst nebenbei einfach ein Lammkotelette. Jet Lammkotelette, diese hier. Das hier isst er nebenbei, während er zockt. So wie in diesen Comics, wenn die so eine Fleischkeule haben, einfach am Zocken. So, mit einer Hand und nebenbei so eine Fleischkeule in der Hand. Bro, was zur Hölle? Das isst er, während er zockt? Oh mein Gott, Bro. Das hatten wir letztes Mal schon gesehen gehabt. Okay, mehr TikToks gab es nicht, die ich geliked habe. Ganz wenige nur gestern. Zeit mit den Liebsten verbracht. Oh, süß.